Körperschwerpunkten senken Ok, schau dir an. Körperschwerpunkten senken und gehe hier zurück von außen. Hake ein und mache eine Rotation nach unten. Breche die Balance und die andere Hand kommt von unten. Seht ihr? So. Jetzt mache ich einen Step vor. Rechts, links. Es geht um das Balancebrechen. Nicht jetzt, was für ein Bein muss direkt vor. Wenn ich jetzt meinen Körperschwerpunkte unter beiden Hüften drehe. Genau das gleiche. Hopp, hopp. Auf die andere Seite. Probiert. Jetzt der Schlag gegen runter. Fütze mich, hier geht die Hand hoch. Kiff. Einen Korn in die Hand. Und ziehe sie hier mit rüber. Der Ellbogen. Sein Ellbogen ist hier an meinem Torso. Ja. Rotationsbewegung. Ja. Einen von mir. Eins. Und dann. Ja. Ja. Hüfte. Hüfte. Ja. Hüfte. Ja. Hüfte. Ja. Hüfte. Ja. Zwei. Drei. Ja. Daher foreigners sind. Untertitelung des ZDF, 2020